ja herzlichen willkommen zurück bei arcanum ich habe jetzt also wie ich Ende der letzten Folge angekündigt habe mein Inventar aufgeräumt da ist alles wieder ordentlich und bei der Gelegenheit habe ich auch Werfen auf Experte gemacht das war jetzt aber nicht so spannend das ging in Dernholm bei wie heißt der gleich wieder liana pendra oder so ähnlich das war jetzt aber nicht so spannend dass ich das unbedingt filmen muss ich werde euch das nächste mal in Dernholm noch mal darauf hinweisen und ansonsten ist das Inventar meiner Leute wieder aufgeräumt die können also wieder austragen das ist alles schon wieder vergessene Gegenstände hier liegen nämlich überall so ein Müllhaufen rum und ja von den von den Leichen die das Spiel entfernt hat und ja es hat sich jetzt nicht vermeiden lassen als ich jetzt wieder zurückgegangen bin dass ich noch mal Gegnern in die Hände gelaufen bin das war zwar nicht beabsichtigt hat sich aber so ergeben aber ihr habt keine spannenden Kämpfe verpasst bloß hier diese kleinen Scheißer da hier ist nämlich noch ein Bereich den Hammer im ersten Durchgang nicht beachtet irgendwie ist es mir habe ich den übersehen und holen wir jetzt nach mal gucken ob es hier ne schlafen will ich hier nicht da ist auch nichts das Bild ist alles nichts zu machen gut das scheint es ja schon gewesen zu sein da war man noch nicht drin da bin ich das letzte mal dann auch gar nicht mehr rein weil ich das mit euch zusammen machen wollte dann ein ungeschliffener Saphir 65 Gold gleich verteilen das Zeug dann herrscht hier da kann ich nichts machen da ist nichts ja das war es hier schon also sieht nicht so aus als hätte ich hier was großartiges verpasst kann sein dass ich den kleinen Gramm irgendwo wegwerfen muss wenn mir der Platz wieder ausgeht weil noch mal werde ich nicht raus gehen zum Entrümpeln wir ziehen das jetzt hier durch dann ganz kurz Karte ja da war ich schon da sieht man überall die Blutflecken sind die überhaupt von mir weil die Blutflecken hier sieht man nicht auf jeden Fall da waren wir drin doch klar da waren wir da ist alles voller Fallen stimmt schon warte mal das müssen wir noch anschauen hey da gibt es was ne da gibt es nichts falscher Alarm aber hier immerhin 31 Gold ansonsten nichts von Interesse gut da sind das ist so ein Abfallhaufen das sind Gegner die wir nicht gelootet haben weil wir gedacht haben komm Kleinkram lass es liegen jetzt liegen da überall diese Abfallhaufen warum warte mal das hey die ist schon ein bisschen was wert und die Fallen unsichtbares erspüren den Brief kennen wir schon den Inhalt den hebe ich nicht nochmal auf den haben hier diese diese Banditen haben den hier alle im Inventar nur um sicher zu gehen dass ich nichts übersehen habe den haben wir schon gelootet jawoll ich werde jetzt mal offscreen dahin gehen wo wieder was los ist sonst wird es hier nur ein langweiliges gelaufen bis gleich ja genau hier scheint es wieder einen unendeckten Bereich zu gehen da arbeiten wir uns jetzt mal hindurch war ich dachte hier geht's hallo von da komm ich doch grad ich ich lauf im Kreis ok wieder Pause Taste ich nehme jetzt mal den mittleren Gang hier oh das schaut gut aus ja alles noch unerforscht da gehen wir jetzt mal weiter kommen wir dann schon wieder zu dem Punkt ich weiß ja immer genau wie ich da hinkomme wo ich aufgehört habe irgendwie habe ich da einen Faden verloren wie ich diese Pistole kriegst du das Ding da auch achja ich habe übrigens auch wieder Schwertgriffe und äh ja Bestandteile zusammen gekauft reines Erz ich könnte noch ein reines Erz aus dem Blech machen das mache ich auch flott dann ist ein Speicherplatz wieder frei ein Lagerplatz äh nein wie darf ich euch behilflich sein welche Sachen könnt ihr bauen schmieden so und jetzt habe ich wieder die Möglichkeit sollten mir die Waffen kaputt gehen die meine Superhelden gerade dabei haben dann kann ich bis zu drei neue Schwerter schmieden lassen und damit sollte man hier sauber durchkommen ansonsten habe ich auch wieder Molotow Cocktails nachgebaut und Stofflappen in Tarant gesammelt und äh ja aber alles Offscreen weil das ist jetzt nicht so spannend dass ich euch das unbedingt zeigen muss hoppala wieder Fallen Erkennengedöns den Brief kennen wir schon denn wie gesagt es sind immer dieselben Briefe müssen wir nicht jedes Mal neu durchlesen obwohl lustig wäre es schon wenn ich euch die Story zehnmal erzähle hoppala was da ist jemand in die Falle getrampelt ihr seid mehr Helden auf jeden Fall warte mal ich habe doch diese ja die werde ich jetzt auch einsetzen und ich habe ja genug davon so und jetzt ist es auch vorbei mit der Peinlichkeit Velaya kann jetzt ordentlich mit der Wurfwaffe umgehen wenn sie dazu kommt mal ihre Wurfwaffe einzusetzen aber nur wenn hopp die trifft jetzt auch nicht mehr so oft die eigenen Leute wie man sieht drei Versuche drei Treffer hat sie also gelohnt die Expertenausbildung und na gut das ist wohl ein bisschen zu weit weg wenn sie auch Meister wäre wäre das kein Thema mehr ja und lustige Dialoge sind wohl auch diesmal nicht zu erwarten solange ich hier unten bin gibt es einfach keine Gesprächspartner das gehört aber zur Hauptgeschichte dazu da müssen wir also unbedingt durch sonst geht es in der Hauptgeschichte nicht weiter so vier Versuche vier Treffer das lasse ich mir eingehen und dann geht es auch mit der Erfahrung weiter wenn ich noch jedes Mal dagegen daneben säme die loote ich jetzt aber nicht leer jo genau und eins einmal daneben wird es noch so gut das ist in der Toleranz ach und Jana kann wieder was neues basteln werde ich euch gleich zeigen die hat dazugelernt da lohnt sich ein Molotow Cocktail so lass mal was übrig da lohnt sich ein Molotow Cocktail damit werfe ich jetzt auch nicht mehr so daneben genau genau so muss man es diesen Bastarden ich meine äh guter Treffer Madame ganz deiner Meinung Virgil so muss man es den Bastarden zeigen und dann haben wir auch schon bald ein Level ab jetzt geht es mit dem Level auch einfacher wenn ich denn jedes Mal daneben haue ja kommt noch näher genau der nächste Molotow Cocktail ist reserviert äh sag du nimmst mir eindeutig zu viel Arbeit weg so und bumm das hat gesessen und du noch genau früher hätte sie als Lehrling hätte sie das nie getroffen niemals und den auch nicht da kommt nur der ja genau versammelt euch an einem Punkt so ist gut das geht Cluster bilden kommt bildet mal einen ordentlichen Cluster der Sock der haut hier alles weg mit nix aber das kann ich auch hoppala ich wollte eigentlich werfen nicht hinlaufen wenn ich die alle leer loot ist die Folge von oben das machen wir nicht und die haben außerdem nix dabei was ich unbedingt haben müsste sock den kriegst du nicht das ist meiner äh ach da hinten sind ja noch welche jetzt haben wir die ganze Halle voll von den Viechern oder was ok mal gucken ob das was wird einmal habe ich getroffen zweimal habe ich getroffen immerhin genau so muss man es diesen Bastarden ich meine äh guter Treffer Madame ja aber auch wirklich ich denke den nächsten Punkt werde ich in Wahrnehmung investieren damit ich Fallen erkennen demnächst äh ausbauen kann und joo Quiek so da war doch eine warte mal das riskiere ich jetzt weil so schlimm sind die Fallen nicht die halte ich aus Steinschloss Pistole Gold zwei Gold oh zwei Gold naja das ist einmal bedrinken im in der Kneipe die zwei Gold können wir schon brauchen aber ich denke komm irgendwie kann ich die da reinlegen ich will die jetzt echt nicht mit mir rumschleppen lohnt sich nicht wirklich so aber die Steinschloss Pistole nehmen wir mit äh habe ich das jetzt gemacht verlassen fallen Auferstehung ich dachte ich hätte noch eine zweite Auferstehung gekauft habe ich aber offenbar dann doch nicht ne das speichere ich auf einen neuen Spielstand falls ich die Aufnahme wiederholen muss weil es irgendwie nicht geklappt hat Karte war nicht sehr hilfreich da unten da erlebt noch was Korn Mietz Mietz 4 Versuchung von 4 Treffer ich glaube ich kann in dieser Folge noch ein Level up hin da ist es da ist es oh ich nehme wieder jede Falle mit also gut dann setzen wir die Dinger halt ein solange der Vorrat reicht eine Spule mit dicken Draht ja auch recht das kriegt mein guter Zwerg achso ich wollte euch doch zeigen was Jana aber jetzt muss ich erstmal den die Schriftrolle ausnutzen weil die hält nicht ewig genau das gibt uns immer mit die Kugeln kriegt Magnus dem habe ich übrigens ordentlich Kugeln gekauft dass der nicht ohne Munition dasteht 385 die reichen die reichen eine Weile dann das und das und ja mehr mehr gibt es ja nicht außer fallen dann da lang und ja komm noch her du kriegst deine Prügel schon 3 und eine Truhe und 2, 3, 4 genau gleich haben wir haben wir wieder 10k geschafft Virgil hat dann hat dann Wolf herbeigezaubert schön musste ich gar nicht er hat das in letzter Zeit öfters gemacht aber ich wusste gar nicht mehr dass er das überhaupt lernen kann um lä than Agreste mit oh ja wir ö genau öffnen das brauche ich nicht das kann ruhig drin bleiben bei den Eisenärz nehmen wir mit die zieliter Ring das ist eine oft verfügbar für die Schreine Ein paar davon sollte man behandeln. Man sollte die nicht alle verkaufen. Und ja, da ich auch andere Geldquellen habe, werde ich sie auch aufheben. Und warte mal, das Eisenerz kriegst du wieder. So. Was ist denn das? Das ist nix. Karte. Ich denke, ich mache erst mal diese Seitengänge. Ich habe so das Gefühl, dass ich, wenn ich geradeaus durchgehe... Okay. Jetzt ist der Ding abgelaufen. Jetzt zeige ich euch mal eben, was sie wieder basteln kann. Moment. Welche Sachen könnt ihr machen? Und das war hier. Das Gegengift könnte ich jetzt sogar machen. Mache ich aber jetzt nicht, weil es ist sonst verballert. Für das bisschen Gift, was hier ist, brauche ich das. Energieadditiv ist neu. Keine Energie mehr. Und so weiter. Dazu brauche ich Muntermacher und den Hexenband. Da habe ich mir auch schon ein paar hergestellt. Zum Verkaufen lohnen sie sich jetzt gar nicht mal so sehr, weil man muss erst einen Muntermacher herstellen und dann noch eine Hexenband investieren. Ich glaube, 45 Münzen bringen die Verkaufswert oder so. Dafür sind sie zu aufwendig zu machen. Aber was sie bringen, habe ich noch nicht ausprobieren können. Aber es klingt so, als ob die mehr Manner aufbauen als die Muntermacher. erhält man, dass der den Energieverbrauch viel effektiver in Leistung umsetzt. Das kann alles Mögliche heißen. Hier hat sie nichts Neues gelernt. Wie darf ich euch behilflich sein? Wenn wir schon mal drüber reden, schauen wir mal, ob mein Zwergmast dazu gelernt hat. Hier nicht. Hier auch nicht. Und Virgil haben wir ja gesehen, der kann jetzt auch ein Wölfe zaubern. Was wünscht ihr von mir? Charakterblatt. Was ist denn das? Das ist wahrscheinlich Naturmagie, oder? Ne. Warte mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 12, 13. Große Heilung. Was ist denn das für ein Zauber? Wo hat er den denn her? Beschwörung sollte man doch meinen, oder? Oder ist es gar nicht, wie wird er den her zaubern? Wer denn sonst? Das muss er sein. Wo ist denn Beschwörung? Hellsehen, Luft, Erde, Kraft, Geist, Natur, Ja, Beizauberung. Wo hat denn der, wo kommt denn der Wolf her, Emma? Also, Jaina hat's doch nicht mit der Magie, die kann's nicht sein. Nee, die hat's nicht mit der Magie. Zum Beispiel ist mir jetzt gerade ein bisschen ein Rätsel. Vielleicht hängt das, vielleicht, ich sollte mal seinen Stab mal angucken. Vielleicht ist er das. Das Werkstall, nehmen wir mit, das klingt nach Messobjekt. Schauen wir mal seinen Stab an. Vielleicht ist das, das ist Rätsel. Der hat ja gar nicht das gerüstet. Okay. Hm. Kann ich euch jetzt nicht sagen, wo der Wolf her kommt? Nein, ich muss gehen. Schön. Das ist ja auch ohne Magiefallen erkennen. Ab und zu zumindest. Das nehmen wir mit. Das, 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 das. Oh, der ist voll. Die benutzte sowieso nicht. Mir ist lieber, wenn, wenn diesbezüglich Ordnung herrscht, dann kriegt das der gute Sock. Das ist Verkaufskrempel. Ja, dann. Elektrolytlösung ist Technikgedöns. So, dann. Wird's wohl Zeit. Den anderen Gang zu nehmen. Ich sollte vielleicht mal speichern. Ich weiß nämlich nicht, was mich hier erwartet. Okay, das sieht wichtig aus. Fast wie ein Thron. Oh, ist das Thron verschlossen? Warte mal, warum verschlossen? Hm. Ähm. Wie ist ein Schlüsselknacken momentan? Tja, dann werde ich wohl einen Schlüssel finden müssen. Blutflecken. War ich ja schon mal? Ne, hier war ich nur nicht. Hier kann ich noch nicht gewesen sein. Der Blutfleck ist nicht von mir. Voll in die Falle reingetrampt. Oh, der gute Magnus. Wieso heilt... Äh. Wieso heilt's denn tu den Magnus nicht, Virgil? Das ist nicht nett. Wie darf ich euch behilflich sein? Mögen die sich nicht, oder was? Oder hat er irgendein Technikgedöns an, das das verhindert? Nö. Eigentlich nicht. Dann heil... Warte mal, dann heil ich ihn mal. Geht... Wo ist er denn? Hallo? Oh Gott, braucht man dafür. Egal. Ich krieg auf die Weise ein bisschen Platz im Inventar. Vielleicht... Ja, mit magischen... Mit magischen... Dings... Mit Heiltränken oder so geht das nicht so gut. Weil der zu stark zur Technik tendiert. Bei dem muss man Heilbalsam verwenden. Aber gut. Hat man das auch mal ausprobiert. Er ist schon wieder vergiftet. Gott, ich nehme wieder alles mit. Vielleicht sollte ich mir... Doch mal wieder... Pfeilen erkennen, aktivieren. Jo, hat sich gelohnt. Wenn ich die alle mitnehme. Aber trotzdem, das ist das Nächste, was ich hier lernen lasse, ist eine bessere Fallenerkennung. Das... Glaube ich, lohnt sich. Ich habe schließlich nicht immer diese Schriftrollen, außer dem Kosten Schriftrollen normalerweise Geld. Oh Gott, wo geht es denn hier hin? Feuer. Ja, hätte ich nicht gedacht. Da kann man nichts... Aber das schaut schon... Oh... Der Schütz... Schützende... Gott, da ist das geschützt hier. Schaut euch das mal an, das ist ja Wahnsinn. Warte mal, die Truhe hätte ich jetzt beinahe übersehen. Dafür habe ich jetzt... Wegen einem Gold bin ich in die Falle getrampelt. Na super. Und das Ding ist schon wieder verbraucht. Das schaut richtig aus hier. Hey, da lebt ja einer Zwergendorfbewohner. Moment. Das ist jetzt vielleicht die einzige Gelegenheit in dieser Folge, ein bisschen Spaß zu haben. Also, gib mir mal ein Beinchen drüber. Gucken wir mal, ob der in dem Zustand mit mir redet. Was ist denn das hier? Kein Schemata. Hallo, weg. Husch. Warum seid ihr gekommen? Das irritiert mich. Kann ich jetzt erinnern. Warum seid ihr gekommen? Ich werde nicht gehen. Ich spucke auf das Urteil des Radklans. Marionetten der Elfen. Das ist es doch genau. Das ist es doch genau das. Ich schäme mich für mich selbst und meinesgleichen. Wahrhaftig. Schwarzbeerklauen? Verrat war das. Ich selbst, der Clan des Rades. Allesamt Verräter. In die Verzweiflung geschickt, ohne Hoffnung nach Wiederkehr. Stenner und der Junge waren es. Stenner und Bates. Wir alle bezahlten dafür die Bürde der Schande. Mussten wir alle tragen. Wer ihr? Gutmund, Erzbieger von den schwarzen Bergen. Das bin ich voller Schande. Ein Verräter. Doch halt. Ich tat, was getan werden musste. Ich allein stand ein für das Recht. Es ist nicht an euch, mich zu verurteilen. Kein Urteil kann härter sein, als das meiner. Wo euer Clan? Fort in die Verzweiflung. Eine Insel des Todes und des Hasses. Der unheilige Ort des Urteils. Dumme Kerl. Nichts verstehen. So ist es. Aber ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Seht die Säule der Wahrheit an und ihr werdet eure Antwort erhalten. Zu lange schon habe ich mich im Geiste nur mit meinen Fallen befasst und mit jenen, die darauf lauern, dass ich stolpere und Schwäche zeige. Sie sind hier, versteht ihr? Sie warten, verborgen in den Schatten. Was? Säule von Warbrei? Ach, Säule der Wahrheit. Säule von Warbrei. Ihr Fallenstellen sitzen hier viele Jahrens. Meine Fallen bieten mir Sicherheit. Unser Zuhause muss bis ans Ende einer der Tage beschützt werden. Viel Böses ist im Gange. Äh, dumpf sind schön, weil platt machen will ich nicht. Hallo? Warum seid ihr Schwarzbettler und das klicke ich jetzt mal durch? Ne, das ist neu. Verrat war das. Ne, doch, das ist nicht neu. Was für Junge, wer Stehner? Stehner, ja, der Junge und der Dampf brachten das Urteil von oben über uns. Brachten Elfen in die Schwarzberge. Einen schwärzeren Tag habe ich nie gesehen. Wo, Clan von Schwarzbär? Arg! Dummig Kerl, nix verstehen. Uff. Aber das ist kein Grund, den Schwarzberg-Clan. Was für Junge, kennen wir schon. Was passiert, wenn ich Acht drücke? Okay, das ist wahrscheinlich einfach zu viel für Belaya in dem Zustand. Was für Junge, wer Stehner? Was, wo, Clan von Schwarzbär? Dummig Kerl, nix. Ja gut, mehr kriege ich aus dem Wohl nicht raus, oder? Ihr Fallstellen sitzen hier viel Jahrens. Nö. Ich hätte ihn doch noch auf den Jungen ansprechen können. Wo war denn der Dialog? Dummig, nee. Aus dem kriege ich nichts mehr raus. Ihr Dummig, ich gehen. Das sagt die Richtige. Jawohl. Moment. Erstmal dieses... Dings da wegmachen. Das ist einfach... Hallo. Stopp. Kusch. Äh. Ist das jetzt endlich weg? Gott sei Dank. Das Menü hat mich irritiert. So, und mal ganz kurz speichern. Den Dialog führe ich nicht nochmal. Äh, ja. Das nehmen wir mit. Das, 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 das. Warum nicht? Das Technikgedöns kriegt wieder der gute Magnus und die Kugeln auch. Also ich sehe schon, Kugeln finden wir eigentlich genug. Ich hätte ruhig gar keine kaufen müssen. Ich hätte gerne noch ein Level Up. Das möchte ich unbedingt in dieser Folge noch haben. Deswegen gehe ich jetzt mal den ganzen Berg zurück. Ich habe nicht vor, die, äh, die, die Folge unnötig aufzublähen. Aber ich gehe jetzt mal den Bergweg so weit zurück bis, äh, ja. Bis dann halt, ne? Jo, und da unten habe ich gerade eine Steinratte gesehen. Oder wie die Viecher heißen. Ob ich da so rum hinkomme. Ja, schaut gut aus. Und die sollte eigentlich den Level Up herbeiführen, wenn ich treffe. Ja, aber das ist anzunehmen. Ja, läuft gut. So, lass mal was übrig. Ich will ein Level Up. Nein, 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 nein. Lass mich das machen. Wir haben... Wirtual unterstetig. Das ist mal... Jawohl, Level Up, schön. Jetzt kannst du es kaputt hauen. Jawohl. So, und gibt es hier noch was? Ansonsten nix. So, ist eigentlich klar. Ich möchte Fallenentschärfen verbessern. Dazu muss ich W.A. erhöhen. W.A. ist auch Feuerwaffen. Die werde ich aber nicht lernen. Was ist noch Wahrnehmung? Ja, solange ich den Helm habe, habe ich eins reduziert. Das hindert mich aber dann normalerweise nicht. Was passiert noch auf Wahrnehmung? Ist gar nicht so viel, ne? Doch, Feuerwaffen hatten wir schon. Fallenentschärfen passiert noch auf Wahrnehmung. Das muss ich ja auch noch lernen. So, aber wir bringen erst mal Wahrnehmung auf 9. Genau, und dann kann ich Fallen erkennen. Um eins erhöhen. Wir werden Wahrnehmung auf 12 brauchen für den Experten daran. Wir haben also noch einiges zu tun. Da sage ich Ihnen an dieser Stelle mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. � Untertitelung des ZDF, 2020